Herzlich Willkommen bei Lubera und bei unseren Gartenvideos. Mein Name ist Markus Koppelt, ich bin Gründer und Züchter von Lubera und wir stehen hier vor unserem frisch gepflanzten Kaki-Sortiment. Im Hintergrund sehen Sie unsere Apfelzüchtungsfelder, wo Tausende, Zehntausende von Sämlingen stehen, die dann auf Fruchtqualität selektioniert werden. Ganz soweit sind wir bei den Kaki noch nicht. Wir haben in den letzten Jahren unser Kaki-Sortiment deutlich verbessert. Als Beispiel möchte ich Prairie Dawn nennen, eine amerikanische Kaki, absolut Winter hat bis minus 30 Grad und so Tennisball-Grosse Früchte von fantastischer Qualität ohne Astringenz, wenn sie richtig reif sind. Und auf der anderen Seite Fuyu Early, eine sehr frühe Sorte, auch im September bei uns reif, die eben fest und knackig und süss ist. Für mich persönlich ein bisschen zu wenig aromatisch und ein bisschen zu wenig Säure. Aber das, was die Leute halt an den Kakis im Supermarkt lieben, diese breite Süße und diese Knackigkeit, das bietet diese Sorte. Und die kann jetzt auch hier in Mitteleuropa im normalen Garten angebaut werden. Winterhärte vielleicht minus 18, minus 16 Grad. Wir verfolgen aber das Sortiment weiter und haben hier in dieser Kaki-Pflanzung ungefähr 20 Sorten aufgepflanzt, die wir dann auf Wuchs, auf Gesundheit und auf Fruchtqualität testen werden, um gegebenenfalls einmal unser Sortiment zu erweitern. Und wer weiß, bei uns ist die Versuchung dann immer sehr nahe. Irgendwann werden wir vielleicht auch beginnen, damit noch zu kreuzen. Einen Schwerpunkt legen wir auf Hybriden. Hybriden zwischen amerikanischen und japanischen Kaki. Der zweite Schwerpunkt sind feste, knackige japanische Kakis. Und der dritte Schwerpunkt ist mit besserer Fruchtqualität, nämlich wo, wie bei Prairie Dorn, die Astringenz vollständig verschwunden ist. Ist gerade gepflanzt worden dieses Frühjahr. Wir sind gespannt. Ich denke, es wird noch zwei, drei Jahre gehen. Aber ich muss ja immer wieder Videos machen, damit wir jeden Tag ein Video haben. So können Sie sicher sein, dass Sie irgendwann nächstes, übernächstes Jahr wieder ein Kaki-Video sehen werden. Und dann sehen werden, wie sich diese Pflanzung weiterentwickelt hat. Und welche Kacke ich gerade geniesse und Ihnen empfehlen kann. Gärten Sie weiter. Hm, wie geht's weiter? Aber ich kann Ihnen helfen. Hier geht's zu Lubera.com, dem Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier, hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. So geht's weiter. Pflücken Sie jetzt Ihre Blumen.